Wir schauen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut in den vergangenen 24 Stunden 5.480 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 1.228 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter. Sie liegt nun bei 83,7. Zudem wurden 238 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Bis zum Wochenende wurden bislang fast 9,4 Millionen Impfdosen verabreicht.